Hallo meine lieben Englischschüler! In diesem Video lernt ihr die ersten Tu-Wörter oder Verben im Bereich einfache Tätigkeiten. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Video. Gehen, to go, etwas tun oder machen, to do, etwas machen oder kreieren, to make, verlassen, to leave, etwas nutzen oder benutzen, to use, etwas hinstellen, legen oder setzen, to put, tragen, to carry, halten, to hold, ziehen, to pull, schieben, to push, drücken oder ausdrücken, to press, drehen, to turn, brauchen, to need, finden, to find, entfernen, to remove, etwas trennen oder aufteilen, to separate, schlafen, to sleep, behandeln, to treat, beenden, to finish, ändern oder verändern, to change, klopfen oder anklopfen, to knock, zerbrechen, drücken, to break, träumen, to dream, sich entspannen, to relax. Das waren jetzt mal ein paar Vokabeln zu einfachen Tätigkeiten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lernen dieser Vokabeln und bis zum nächsten Video. Euer Englischlehrer. Ich wünsche euch viel Spaß beim Lernen dieser Vokabeln und bis zum nächsten Video.